Ja, ich habe einen Computer gehabt, aber nicht so angeschlossen an, wie nennt sich das, an den Blick. Mein Vater war dagegen, dass ich heirate. Ich könnte es sich denken, weil er gesagt hat, wenn er völlig verwundet wird oder er wird schwer verwundet und kommt als Kribbel heim, was machst du dann? Wir waren nicht verwöhnt, man musste sparen und hat es nicht nur rausgeschmissen. Ich bin in Russland 21 geworden, in russischer Gefangenschaft. Damals wurde man mit 21 vorjährig. Also ich meine, ich beneide die Jugend, dass sie solche Möglichkeiten heute hat. Wir haben es ja nicht gehabt, wir sind da nicht hineingewachsen. Und heute ist es zu spät für uns. Ich mag ihn einfach, ich liebe ihn aus. Wenn wir sagen können, was wir jetzt wollen, das hätte ich nicht geglaubt. Wo ist der Computer angeschlossen? Am Internet. Am Internet, ja.